Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder Shellshock Live! Die Aufnahme ist schon einige Monate alt, wie ihr vielleicht schon beim letzten Video gemerkt habt. Aber ich wollte das Video jetzt endlich mal fertig schneiden. Das habe ich halt aufgenommen, kurz bevor ich diese lange Pause gemacht habe. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Wie, Victor, komm in mein Team. Hey, wir können auch mal hier wechseln. Hallo? Wie, hey. Wie, keiner will bei mir sein. Ich will nicht das Handicap. Ich, hallo, ich will aber auch... Okay, Robert, Felix, wir werden sie jetzt vernichten. Felix, ich bin immer auf deiner Seite gewesen. Er wollte auch sagen, ich will auch nicht das Handicap. Was geht ab? Ich will auch nicht das Handicap. Aber warum sind wir jetzt schon wieder so blöd in der Ecke? Was ist das, Junge, für ein Kack, Mann? Wir können uns nicht bewegen hier. Achso, warte, wir sind dran. Oh, okay, da habe ich mich richtig scheiße bewegt. Ja, pass auf, du triffst mich, ne, wenn du das so schießt. Ja, ja, ich sehe es. Deswegen... Ja, einfach schießen. Oh, ich habe nicht geschossen. Ich wollte gerade auf Schießen drücken. Oh mein Gott, Luis. Oh mein Gott. Alles klar? Oh mein Gott, Luis. Kannst du mal aufhören damit? Okay, Luis. Anfang gehört mir. Danke. Ich habe Luis einfach exakt getroffen. Nein! Wenn das nur ein Sniper gewesen wäre, warum habe ich nie einen Sniper? Nein. Ich werde dir haben einen Sniper. So traurig. Oh, ich glaube, das breit ab. Ich glaube, ich treffe jetzt gar nichts mehr. Und du, Handicap? Warte, du nimmst den Double Damage, oder was? Du nimmst den Double Damage. Mein Schuss geht... Obwohl, doch. Please? Ja! Oh! 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 Wie war das nochmal? Digga, Luis! Trotzdem hast du ein Handicap dabei. Was für ein Handicap. Das Handicap hat dich gerade rasiert. Bei Gott, ich habe um einen Millimeter ver... Ich habe auch einen Millimeter verschossen. Nein, ich wollte dich einrasten. Kann ich zurückrasten? Ich habe doch gar nicht gezielt. Egal. Na, ist... Immer Luis nur treffen. Nur Luis am Treffen. Alles auf Luis. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich overchargen die Runde. Mal schauen, was eine Sonnenblume so macht. Die Sonnenblume. Ja. Heiß. Ja, nichts, ne? Doch. Doch, ich bin jetzt tot. Oh! Dass es den Siemens gibt. Uh! Oh! Hä? Bündnis 90, die Grünen. Digga, was? Digga! Halt mal dein Maul. Halt mal dein Maul. Oh, man! Ja. Bye, Gott. Bye, Gott. Luis hat auch was abbekommen. Digga! Na? Wie gefällst du da oben? Wie sehr? Oh, man! Ich baue ein bisschen was, okay? Ich gehe aufs Ganze. Aufs Ganze. Mal das Terrain und Viktor verändern. Um mich, ja. Wie ist das so da oben? Ja, wie ist das so da oben? Wie soll ich das nehmen? Nimm das. Nimm das. Wie soll ich das nehmen? Oh, ich muss das nehmen. Dann lande ich woanders. Ich weiß auch, wie ich das nehme. So nehme ich das. Oh, mein Gott. Hä? Okay, Anton. Okay, Anton. Von allen Positionen, wo ich hätte landen können. Ja, Anton, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab, Anton? Was geht ab? Okay, ciao. Ciao. Traurige. Okay, das war eine kurze Fortsetzung. Die konnte ich tatsächlich noch reinschneiden. Deswegen meine ich ja. Jetzt haben wir euch mal richtig rasiert. Ihr habt bloß richtig rasiert. Was, bloß richtig rasiert? Du hast keine Chance. Du hast es am Ende aufgegeben. Ich... Ja, am Ende hättest du mich sonst getötet. Das war das Schlaueste, was ich machen konnte. Du hast aufgegeben. Nö. Ich meine, so oder so, hätte ich Anton getroffen. Hätte ich eher auf Wuchs geschossen, hätte ich Anton getroffen. Ja. Ach ja. Bei Gott. Ach, wollt ihr noch mal eine Runde? Ja, natürlich. Alles klar. Aber die letzte Runde kommt noch in einem weiteren Part online. Ich denke nämlich, das Video hier ist jetzt schon lang genug. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Abonniert auch die anderen Leute. Das war's und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.